Capital Bra hat einen sehr bekannten Song von ihm, der heißt Neymar. Ich bin ein Star, so wie Neymar geht die Hoke. Ich denke mal, alle oder fast alle werden diesen Song von Capital Bra. Kennt ihr es doch schon ein bisschen älter, aber jetzt gab es eine Videobotschaft von Julian Traxler, der ein Kumpel ist des deutschen Rapstars Capital Bra. Und der hat eine Videobotschaft auf Instagram aufgenommen. Und mit dabei ist tatsächlich Neymar himself, höchstpersönlich Neymar mit dabei. Und ja, grüße Capital Bra in diesem Video. Ich würde sagen, bevor ich viel weiter darüber erzähle, schauen wir es uns doch einfach mal an. Kapi, alles Gute zu deinem neuen Album. Ich hoffe, du hast wie immer sehr viel Erfolg. Und ich habe hier noch neben mir jemanden, der dir was sagen möchte. Kapi, gute Glückwunsch für dein neues Album. Alles zu Julian, gute Glückwunsch, bro. Bis bald. Ciao. Es hat Tradition, dass in Musikstücken immer wieder auch Fußballspieler verarbeitet werden. Sei es ein Dybala, sei es ein Ronaldo, Messi werden immer mal wieder auch in Texte eingebaut. Und natürlich auch Neymar. Und ja, finde ich eine ganz gute Symbiose, wenn dann auch die Fußballer sich dann dazu äußern. Oder es auch feiern. Es gibt auch den Song Benzema zum Beispiel. Ja, der könnte ja auch mal vielleicht mal wieder eine Videopotschaft machen. Keine Ahnung. Also finde ich ganz cool, wenn die Fußballer darauf reagieren. Fußballer und Musik oder gerade Rapmusik passt ja auch gut zusammen in der Vergangenheit. Und ja, finde ich eine coole Sache. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Klickt in die Mitte. Kommt ihr zum letzten Video. Denn Kylian Mbappé will wohl wechseln. PSG verlassen, das ist klar. Bisher dachte man zu Real Madrid. Aber jetzt kommt ein neuer Klub ins Spiel, zu dem er wechseln könnte. Und wer das ist, erfahrt ihr, wenn ihr jetzt in die Mitte klickt. Wir sehen uns später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.